Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play War Thunder mit Uwe und mir. Hoi. Heute wieder Luft. Herzlich Willkommen. Mache ich immer so. So, ich habe jetzt mein sechstes Flugzeug ausgewählt, eine CR42 Falco. Falco? Ja, das ist eins der schlechtesten Flugzeuge mit. Das nehmen wir jetzt gleich mal. So, wo bist du? Bist du das Bomber? Nee, ich bin hier mit meinem Jäger, aber ich habe eine Bombe hier unten dran. Siehst du mich? Klar, hab ich gesehen. Das ist irgendwie umgekehrt. Das ist hinter mir. Ja, warte, ich flieg jetzt zu dir. Ich schieß auf dich. Ja, du fliegst zu mir. Eh, hör auf mich zu schießen. Du kannst nicht leiden sowas. Guck mal, die Boden drüben befeuern sich auch schon ganz schön. Ja, war so eine schöne Bombe, der hätte mitgekrochen hier auch. So, mal versuchen mal ein paar Leute kaputt zu machen. Versuchen wir die da drüben bei Aachenfliegen kaputt zu machen. Mirknets und Blue Media. Ausgezeichnet, völlig ausgezeichnet. Oh, ausgezeichnet. Wie ging das leider? Mit Z oder? Nee, T. Oh, ich bin ausgezeichnet worden. Gregoritsch. Ach, der ist doch schon kaputt. Oh, scheiße, warum wird denn der mir noch angezeigt, als anschießen kann ich den? Na, wenn der dunkelrot ist und der kurz vor kaputt geht, dann fliegt er eben noch. Da kannst du noch ein paar Treffer landen lassen. Einen Treffer hab ich noch gelandet, aber da ist es dann gleich ausgestiegen. Richtig. Jetzt hab ich das irre gemerkt. Versuchen wir mal ein Gregor Gysi kaputt zu machen. Ah ne, ein Gregor X, Y, Z. Datenschutz, oder? Gregor Gysi. So ein Frechtax ist das. Achso, ein Frechtax. Ich krieg den aber irgendwie, ne? Nein! Ich guck mich doch die ganze Zeit um. Der da unten hat mich jetzt angeschossen. Ich mach schon das, was der aus den Kommentaren gesagt hat, mich die ganze Zeit mit umgucken. Aber ich seh da auch nichts mehr. Das war super. Wir haben den Flugplatz eingenommen. Wir haben den Flugplatz eingenommen. Wir haben den Flugplatz eingenommen. Ich hab dich verstanden. Ich hab' das rausgefunden. Ich hab' das rausgefunden. Ich hab' das rausgefunden. Ich hab' das rausgefunden. Das geht's. Nein, niemals. Der Sieg gehört uns. Nein, niemals. Was ist denn mit dem Blue Media? Kriegst du den da? Da muss ich mal drauf schießen. Ich habe ohnehin getroffen. Flugzeug zerstört. Ich brauche ein Treffer gelandet. Kriegst du eigentlich noch mit einem ganz schlechten Flugzeug jetzt? Nein, nein. Das ist schon lange nicht kaputt. Flugzeug zerstört. Das läuft jetzt bei mir. Sehr schön. Treffer gelandet. Das ist ein geiles Flugzeug, was ich hier hatte. Wie ist das? Bf 110 C4. Von der Sorte brauche ich mehr. Weil das ist ein bisschen relativ größer und hat aber ordentliche Geschuss. Die Bf 110, die fand gut Klasse. Die ist so diese erste schwere Jägerflüge, die Klasse bezeichnet. Das wurde dann was richtig geil. Da habe ich mal für Abschuss gelandet. Ja, das ist das Angel-Flugzeug, mit dem ich Abschuss lande. Weil die super, super starke Bewaffnung hat. Das ist nicht leichtes gewesen, das Ding. Die ist halt nicht so wendig. Das ist das Angel-Problem. Ja. Super, ich habe noch keinen einzigen Bomber geflogen. Das bringt mir gar nichts mehr. Das ist schön, wenn das Sieg greifbar ist. Danke! Nein! Zählschuss. Der Löwe ist gescheit. Okay. Ei, ei, ei. What the fuck? Ach, das ist doch sche... Ach, ich erinnere mich, wir werden noch erinnern. Gut. Ich dachte, das wäre der genau gegenüber gekommen, mir. So, komm, jetzt kommen wir mit dem Bomber in die Schlacht. Ich mache jetzt Sturzflug. Hättest du das Flugzeug? Ne, ich habe noch drei. Aha. Mit dem Bomber ist bloß ein bisschen längerer Anflug. Was bedeutet dieses Symbol, wenn da so ein Totenkopf davor ist? Der hat sich glaube ich schon abgeschossen. Ich kann auch nicht mehr. Was bedeutet... Der Flugrat wurde von weit eingedacht. Wir müssen was tun. Nein. Ja, ich schalte den Gegner einfach aus. So, irgendwie ist es nicht halt meine Runde hier. Also, ich versuche zu landen. Sag, wie ich mache das. Gut, ich versuche nicht zu landen. Diesmal ruten wir mit dem Bomber hier und... Kommt mir keiner was. Na, ich bin scheißig. Was ist Wasser? Das ist doch immer eine Werbung, oder? Das ist doch immer eine Werbung, oder? Das ist keine Werbung mit einem, die Leute das nicht gründen sollten. Das ist negativ geklärt, dass das hier... Ja, nee, das ist in der Fernsehwerbung ist es doch immer, dass es hier durch sämtliche Berge geflossen ist. Durch eine röstliche Leitung ist es geflossen. Das ist doch nicht dein Ernst. Wo kam denn der jetzt her? So, ich habe jetzt eh noch einen ganz großen Bomber. Den nehme ich erstmal und dann habe ich noch ein kleineres Flugzeug. Weil bei dem Bomber kann ich halt nicht selber schießen. Was machst denn du da oben? Schwer verbrüben. Mal gucken, was passiert. Ich komme mal zu dir geflogen. Können wir uns mal unterhalten. Ja, genau. Nach der Kurve ist das Fenster. Da können wir uns mal abends schön unterhalten. Warte, Uwe, ich bin gleich da. Nach sechs Kilometer. Kannst du mir ein bisschen entgegenkommen? Ich bin gar nicht lenken. Gut, scheiße. Scheiße, mein NG muss nachladen. Lad schneller nach, mein Bordschütze. Lad nach. Ich bremse jetzt einfach. Dann muss der abziehen. Ja, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ja, super, ja. Hilf mal. Ich bin vier Kilometer weit weg. Jetzt kommt das Tier geeizt. Mit meinem Bordschütze. Scheiße. Scheiße. Ich will in meine Richtung fliegen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliege. Ich fliege hier mit... Ich gucke nach hinten die ganze Zeit. Jetzt sieht es aus. Toll, jetzt bin ich gleich bei dir. Das ist auch ein bisschen bei dir. Siehst du nicht die schwarzen Wolken, die ich hinterlasse? Naja. Wenn die Grünen dich anschreiben, weil sie hier die Luft verpestest. Die schwarzen Wolken. Das war aber ein spannendes Match jetzt da oben. Man hat den Typen kritischen Drehmach gegeben. Mit meinen Bordschützen. Kannst du selber schießen? Naja, ich habe jetzt selber als Bordschütze gespielt. Und selber habe ich geschossen. Aber ich habe irgendwie länger durchgehalten als du. Ich habe als größeres Flugzeug. Wahrscheinlich größeres Zielflash. Du hast ein noch größeres Flugzeug als ich gehabt. Naja. Das glaube ich ja gar nicht. Liegst du wieder? Ich fliege noch. Ich habe noch einen. Ah. Und mein letzter ist. MC 200, ja. MC Philipp. Langsam fliegen. Ich glaube, ich muss schon mal F drücken. Klappen aus vorn. Ich sehe keinen, der jetzt gleich gefördert werden könnte. Das könnte klappen. Das sind Landeklappen ausgefahren. Ich habe Landeklappen. Ich habe keine Bremsklappen. Ich bin noch nicht schnell. Ich werde angeschossen. Jetzt brems, brems, brems. Ich habe den zumindest enterobert. Wir dürfen ihn nicht behalten. Versteht ihr? Du bist nicht auf B gelandet. Nein, ich bin auf A gelandet. Da unten brennt es doch noch. So, toll. Ja, gut. Vielleicht kleiner oder jemand. Ja, ich hoffe es. Ich habe wenigstens eh was geschafft. Also es war knapp. Es war echt knapp. Ich denke, es war keine Nörne. Hast du gesagt. Ja, ich habe dann nicht mehr so viel vorgebracht gegeben. Das Problem ist halt, ich will halt schnell dort hinkommen. Fliege schneller deswegen. Dann kann ich so schnell abbremsen. Ich kenne das, finde ich. Ich kenne das. Ja, du bist ja auch schon raus jetzt, ne? Ja. Gut, dann können wir auch. Wie sieht es denn? Gucken wir noch mal kurz in die Statistik. Das sieht schlecht aus. Da ist eh gleich vorbei. Da können wir auch abwarten. Da ist eh gleich vorbei, stimmt. Dann gucken wir noch mal rum, was die anderen so machen. Das Wolf. Das ist der letzte Spieler, den wir haben. Nee. Doch, das kann ich ja auch noch mal. Da kannst du mal vorrücken, der nächste drücken. Stimmt. Es ist eh vorbei. Wenn ich so das sage, kannst du mir klugen. Nee, so. Nee. So ist das nicht. Eigner Platz im Team 13. Was warst du denn? Sieben. Angeber. Top 10, ne? Ja, Top 10, Top 10, Top 10. Ja, super. Gut, das war es für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.